Bitte. Hallo? Hallo? Hallo, herzlich willkommen zu Journey's Next Topmodel. Ich bin Heidi, das ist Booth. Und heute haben wir die Jungs von One Direction zu Gast. Während sie meiner Show, müsste ich sagen, ich habe heute leider kein Foto für dich. Oh mein Gott, Heidi, hast du nicht gehört? Die Moments Lied. Ich liebe die Lied. Ich habe bekommen Pipi in die Augen. What's happening, Booth? Heidi, ich wusste doch, du liebst die Boys. Die What's Happening sagen sie doch immer. Ja, ich habe immer ein Foto von ihnen, weil ich liebe One Direction. Die ganze Welt liebt One Direction. Heidi, sorry, Baby. Es tut mir leid, aber das ist der Wahrheit. Das ist der Wahrheit.